Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Lambo. Ja, das letzte Mal, beim letzten Part, hatte ich da Schwierigkeiten mit dieser blöden Kiste da. Und ich hab noch bei YouTube nachgesehen, jetzt weiß ich endlich, wie es weitergeht. Ich muss nicht dort rüberkommen, ich muss dann hier zurückziehen. Zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Dann, weiter, weiter, bis hierher. Dann seht ihr hier, vielleicht schon die Seil, muss ich hochklettern, schwingen. Und, sprung, yes, genau so geht's weiter. Und dann einfach nach links wieder. Ja, jetzt hab ich's endlich, also ich gelöst, ja, nein, ich hab's eigentlich nicht gelöst, ich hab, ja. Oh, oder, nein, jetzt geht's rechts weiter. Oder, ja, okay. Okay, dieser Teil hab ich noch nicht gesehen, jedenfalls bin ich tot, na toll. Ach, nee, ich hab nur gesehen, wie dieser Typ, der das Video hochgeladen hat, hat, keine Ahnung wer, darauf gekommen ist, sonst hab ich nicht weiter gesehnt, deshalb. Ich hab, weiß ich auch nicht genau, wie jetzt, aber jetzt sollte es gehen. Okay, und, nein, ah, doch, ja, stimmt, ich bin hier, richtig. Und, pff, und nochmal, hüpf. So, jetzt sollte ich hier zurückgehen, alles zurück, wow. Wow, jetzt dachte ich schon nicht sterben, aber es geht. Doch, ich muss trotzdem darüber, ich dachte, ich muss einen anderen Markt hin, alles wäre richtig gewesen. Ach, Mist. Aber der ist immer noch ein bisschen kurz. Ja, nein, es sollte gehen. Yes, und weiter geht's. Schon wieder ziemlich unheimlich. Wieso ist eine solche Falle da oben? Fraglich. Ist ja gar... Hua! Was zum... Egert! Huh? Eine Riesenspinne? Hilfe? Vielleicht brauche ich so irgendwie die Falle, oder? Jedenfalls hat mich das jetzt ziemlich erschrocken. Macht ihr mir was, oder? Ja, die will mich umbringen. Tja, wie komme ich an diese Falle ran? Vielleicht wieder mit... Vielleicht muss ich die Kiste bis hierher ziehen, oder? Oder nicht, ähm... Ja, sicher. Also zurück komme ich irgendwie nicht. Nein, ich bin mir sicher, man braucht die... Kann ich vielleicht so... Nein, kann ich nicht. Oh, tja, ist gut. Ja, okay, ähm... Wow, jetzt komme ich sicher gar nicht mehr zurück. Oh man, komm schon. Nein! Dann muss ich entweder eine andere Lösung finden, oder... Halt einfach... Bis dorthin neu starten, na weil... Nein, da komme ich nicht weiter, das geht nicht. Sonst kann ich nichts nehmen, aber so. Ja, okay, die Spinne bringt mich wirklich um. Da kann ich... Jetzt bin ich tot. Das dachte ich schon. Ja. Hallo. Yeah. Boah, es sieht so eklig aus. Ja, okay, wahrscheinlich muss ich... ...ein bisschen zurück. Boah, es geht ja noch lange. Äh... Ja, es ist ein bisschen zu weit zurück, aber... ...es ist eine einzige Möglichkeit, sorry. Ich muss es jetzt halt so machen. Ja, dann... Lauf, 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 lauf. Komm schon, schneller, junger Mann. So, okay. Also, die Kiste, ne? Und alles wieder hoch. Nein! Seht's herf? Nein! Oh mein Gott, bin ich unfähig. Und einfach der Junge, keine Ahnung. So, Schwung holen und... Yes. Und... Gut, geschafft. Nein! Yes. Oh, ich liebe noch. Halleluja! Jump und jump. Und... Ich liebe noch... Und zweitens, habe ich dort noch was gesehen. Vielleicht kann mir das auch irgendwie helfen. Nein, ich glaube, das war nichts, nichts Besonderes. Es ist dann noch, aber... Ich glaube, das ist nichts Besonderes. Ja. Nochmal alles von... Boah, ich will doch nicht runterspringen. Ich will nur Schwung holen. Ich will nur Schwung holen. Ach, Mann. Okay. Schwung holen. So. Jetzt will ich springen. Genau. Er hat's kapiert. Ist das nicht toll? Ich will... Okay. Okay, was ist denn das? Mist. Oh, ich lebe noch. Ach, ich will doch da hoch. Okay, Steuerung ist zum Teil ziemlich kompliziert. Ach, so. Jetzt geht's. So, jetzt nicht runterspringen. Nein! Ach. Das kackt mich jetzt vielleicht an. Ah, komm schon. Nochmal alles von vorne. Gut. Nein. So. Na. Oh, wie blöd ist der, Mann. Schwung holen. Ja, super. Jetzt kapiert. So, und jetzt kannst du springen. Ja, super. Du hast es endlich begriffen. Glaube ich jedenfalls. Und jetzt an der... Das Ding da halten. Ja. Jetzt nochmal schwingen. Je, du hast es kapiert. Höh. Was war das jetzt? Jedenfalls sieht es nicht so aus, als hätte es gebracht. Keine Ahnung, was es war. Ist ja geil. Also, jetzt die Kiste nicht vergessen. Ja, die bringe ich hier nicht mal. Oh, nee. Dann hätte ich es doch richtig gemacht, oder wie? Ja, die Kiste kann ich nicht nehmen. Das ist irgendwie jetzt ziemlich doof. Ja, das ist jetzt schon nicht gerade so an. Nein, die Kiste kann ich nicht nehmen. Aber wartet. Schieb die noch da ein bisschen rüber. Hoffnung, dass sie dort bleiben. Wahrscheinlich nicht. Ja, aber... Hä? Ich komme nicht nach. Also, es ist ziemlich ein komplizierter Spiel. Ich habe die Vermutung, man muss diese Falle runternehmen. Dann vor der Spielspinne hinhalten, dass sie mit den Füßen dort reingeht. Ja, aber... Wie könnte ich... Ja, ähm... Das ist jetzt schon ein bisschen doof. Hm. Ähm... Vielleicht muss die... Die Spinnen was machen. Nein, wahrscheinlich schon nicht. Äh... Uah! Hm. Vielleicht auf... Zu... Auf die Armen... Aufklettern oder so? Hä? Hä? Nein, ich komme jetzt irgendwie... Wirklich nicht weit. Äh... Ist sie jetzt runter... Was runtergerutscht oder wie? Ach so könnte es sein, dass... Was runtergerutscht oder wie? Wartet mal... Wartet mal... Okay, ich bring's nochmal dazu... Ja, komm schon... Yeah, ich hab's geschafft! Halleluja! Yes! Okay, aber jetzt sollte ich... Nein! Mist! Nein! Boah! Boah! Ah, gut. Gut. Jetzt geht's aber. Okay. Schieben, schieben, schieben. So, jetzt aber. Ja, leide. Leide nur. Ja, leide, du blöde Spinne. Ja, blute. Ja, jetzt hat sie mich gewäscht. Ja, jetzt hat sie mich gewäscht. Okay, neuer Versuch.